Musik Das Thema, wie schnell kriege ich Genehmigungen und wie zuverlässig kriege ich Genehmigungen, ist für uns extrem wichtig. Also die Landesgesetze sind noch immer nicht so weit, also die Landesbauordnungen, dass a mehr Freistellungen gegeben sind und dass die Fiktion auch da ist. Wenn nach drei Monaten nicht genehmigt ist, darf ich bauen, Punkt. Musik Herzlich Willkommen zum Tech Talk von O2 Telefonica. Und heute geht es sogar gleich um zwei Transformationen, nämlich die Twin-Transformation. So nennt man sie, weil sie sich einerseits auf die Digitalisierung bezieht, aber eben auch auf die Energiewende. Ganz viele Dinge, wo man durch klugen Einsatz von Digitalisierung ganz, ganz viel Energie sparen kann, CO2-Ausstoß sparen kann. Der hilft uns natürlich, künstliche Intelligenz sehr besser zu planen, aber auch insbesondere Ressourcen viel schonender einzusetzen. Wir investieren sehr, sehr stark in das Netz, auch sehr ehrgeizig. Das eine ist Geld. Das zweite und spannend ist aber auch, wir brauchen die Menschen, die das können. Wir brauchen die Technologie, die das kann. Der Datenhunger der Menschen in diesem Land nimmt jährlich zu, nimmt deutlich zu. All dies führt natürlich dazu, dass dieser Datenhunger gestillt werden muss. Und das geht eben einfach nur mit zusätzlichem Infrastrukturausbau. Wenn ihr euch ein Emoji aussuchen könntet, das dafür steht, was wir brauchen, um in Deutschland die nötige, notwendige Infrastruktur zu bekommen. Eine Rakete. Also eine hübsche natürlich. Bei dem Thema ein grünes Emoji, was unter Strom steht, also was wirklich liebdes ist.